Hallo liebe Leute, hier ist wieder ein Video von OEA. Mein Name ist Dr. Baxmann und guckt mal rein, was wir heute für euch vorbereitet haben. Viel Spaß! Und ihr wisst schon, was das heißt. Biegelsbiegung, let's go, auf geht's, vamos! Heute die Angulationsbiegung mit Extrusion, im Gegensatz zur Angulationsbiegung ohne Extrusion beim letzten Mal. Wieder verwenden wir einen 17,25 oder 19,25 Stahlbogen und eine Tweetsange. Es folgt eine ca. 30 Grad Biegung, dann 60 Grad zurück, nachdem wir im Approximalraum die Position der Zange abgegriffen haben. Dann im nächsten Approximalraum wieder eine Aufwärtsbiegung von ca. 30 Grad. Damit haben wir ein schönes Kraftsystem und wir haben eine Angulation mit Extrusion. Viel Spaß beim Nachbiegen und viel Erfolg! Das war wieder ein Video von OEA. Mein Name ist Dr. Baxmann. Ich hoffe, meine Videos helfen euch weiter. Hinterlasst einen Daumen hoch und bis bald! Supergut!